Fast 1.900 Personen arbeiten beim österreichischen Zoll. Es gibt gewisse Ziele, die man vor Augen hat und die man auch hier rechnen kann. Eben, Schmuggler fangen. Sie haben alles nachgeschaut, durchgeschaut und jetzt schon lieber. Es gehört haben, wie gut sichtig ist die Menschen. Mit der Brunnen-Upper. Immer wieder gehen den Zöndern kleine und große Fische ins Netz. Das ist mehr oder weniger teilweise unter Umständen, der Hinterhof-Labor. Das ist aber ganz schön der Bibel, die wir erst besorgt, weil ein normaler Mensch schon verstanden ist. Das ist jetzt auch mal. Österreichs Zollbeamte sind rund um die Uhr im Einsatz. Heute Nacht auf der A4 in der Nähe der Bundeshauptstadt. Franz Haumer und seine Kollegen lotsen die Fahrzeuge von der Autobahn. Wir haben jetzt gesehen, dass die fünf Insassen aus Serbien kommen. Einige Sample-Pack dabei haben. Und ja, österreichisches Fahrzeug werden wir uns genau anschauen. Ein Kontrollort. Einfach interessant. Interessantes Fahrzeug. Bei einem alten Fahrzeug hat man weniger Skrupel, dass man irgendwo was zerlegt, um was reinzugeben. Gewisse Fahrzeuge sind halt von der Autobahn, also gleich mit was andere. Speziell so Aussagen wie bei uns ist alles in Ordnung und alles leer und so. Das haben wir schon so oft gehört. Und es war dann auch oft das Gegenteil. Auf einem Parkplatz nahe der Autobahn müssen die Reisenden ihr gesamtes Gepäck ausräumen und röntgenisieren lassen. Die Zöllner kontrollieren nicht nur das Gepäck der Fahrgäste, auch die Fahrzeuge werden gründlich unter die Lupe genommen. Unmut bei den Reisenden. Das war eine normale Routine. Das war eine normale Routine. Danke schön. Bitte. Ich wollte fragen, das war mein Recht. Ihr Recht hat sich. Danke sehr. Danke vielmals. Um einiges geläufiger sind da schon die Zollkontrollen auf Flughäfen. Auf Reisende, die aus Nicht-EU-Ländern kommen, werfen die Zollbeamten beim Eintritt in die EU ein schrenges Auge. Grüß Gott. Zollkontrolle, bitte. Kassenscheck. Kannst du nicht fließen? Grüß Gott. Zollkontrolle, bitte. Kassenscheck. Die Zollkontrolle, bitte. Dazu habe ich gesagt, das ist ein Zufallsbezifel. Der Korn hat den Imel was. Das früher ist, dass der Bewerb so gut ist. Und der Bewerb so gut ist, dass die Bewerb so gut ist. Der Bewerb so gut ist, oder? Das ist kein Zufallsbezifel. In der Regel ist eine solche Kontrolle rasch vorbei. Es sei denn, die Zöllner hegen einen Verdacht. Ich habe ein paar Suchen. Ja, Antigaretten, Alkohol, Schmuck. Ja, Schmuck. Ja, Röschlischmuck, ja. Die Ausstrahlung, die der Reisende erwartet. Fühl, was beim Röberpunkt, ein richtiger Pufferrumpfur. Scheiß, hat man sich mal richtig groß geblendet, der Stier runterlopft und macht man, Frau Räscher, was spült ich? Ja, ja, ja. Sie wissen, wie viele Zigaretten ich rüberbringen darf? Bitte? Sie wissen, wie viele Zigaretten ich rüberbringen darf? Vor Schauen pro Person. Nein, da stehen nicht eine Stange rüber. Und wenn man sich jetzt rein doen will, er ist ein richtiger Typ. Oh, ich bin jetzt gleich in der Oberung. Ich habe es auch noch bitte zu viel. Ja, das war der Typ. Ja, aber er ist auch noch zu viel. Oh! Zum Ausgang darf der Urlaubsheimkehrer aus der Dominikanischen Republik erstmal nicht. Zuerst muss er zur Kasse und insgesamt 160 Euro für den Schmuggel von Zwei-Stangen-Zigaretten bezahlen. Fahrzeugkontrollen mit Spezial-Equipment dauern da schon etwas länger. Den kann man halt in kleinste Hohlräume einführen und dann eben schauen, ob das versteckt ist, eingebaut ist oder nicht. Meine Schwester geht um die Fahrer vom Bus, sonst, ich kenne niemand, ich habe niemand gesehen, erstes Mal in meinem Leben. Andere Passagiere nehmen das Ganze etwas gelassen. Wieder im Gepäck noch im Kleinbus findet sich Schmuggelware. Erstes Mal und letztes Mal mit Bus fahren, wenn du fliegst eine Stunde bist du tot, weil ihr könnt euch in Luft aufhalten und zahlen. Routine, Kontrolle. Das ist egal. Es ist egal, das ist mir wert, dass ich mir alles das sparen im Bus ist. Ciao. Tschau. Mit einem, du wirst kein Verspielen. Nein, ich wirst kein Verspielen, aber auch. Danke. Du wirst hier und steht jetzt auch nicht los. Was sind Sie? Ich nehme an den Köln. 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 Auf der A4 wird ein Linienbus aus Rumänien angehalten und zum Kontrollort gelotst. Die Inspektionen finden auf wechselnden Parkplätzen in Autobahnnähe statt. Die Passagiere sind ungehalten. Ein wunderbarer Wegfahrt. Wir sind schon dreimal, viermal kontrolliert worden. Wir haben schon ein paar Grenzen passiert. Und haben die nichts gefunden. Und jetzt diese Klappe, das Gestöne, die gefunden haben. Wenn das die erste Grenze wäre, dann okay. Aber es ist ja schon die dritte sozusagen. Das meiste Problem für die Reisenden ist das, jetzt bin ich 24 Stunden unterwegs. Ich bin nochmal an. Und jetzt kommen sie und machen die Zollkontrolle. Dann erklären wir ja halt, warum eine Zollkontrolle auch wichtig ist. Genauso wie die Gendarmerie oder jetzt die Polizei Kontrollen auf den Straßen macht, so ist es wichtig, dass der Zoll Sachen kontrolliert. Jedes einzelne Gepäckstück im Bus muss den Passagieren zugeordnet werden. Meine Zigaretten. Meine Zigaretten. Die mehr an meine Sachen. Das ist ja auch meine. Die Zigaretten gehören Ihnen. Ja. Wie viele haben Sie mit? Wie viele Kartons? Welche Kartons? Deutsche? Ja. Haben Sie sonst noch eine Gepäck? Ja, nicht mehr. Nur diese? Ja. 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 Das geht nicht mal. Ja, evtlämme auseinander. Doch der Scanner gibt noch mehr zu erkennen. Dann schauen wir einen ein, wie willkommen siehe. Ich kann erst darunter kommen. Das sind mastericorns. Das sieht man da schön dr come. Und da herunter schauen die Zigaretten. Der österreichische Zoll verzeichnet in Sachen Zigaretten weit über 5000 Aufgriffe jährlich. 2006 wurden an die 100 Millionen Stück geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt, zu einem Gesamtwert von rund 15 Millionen Euro. Neben dem Personenverkehr wird auf der Güterverkehr überprüft. Mit einem 800.000 Euro teuren mobilen Scanner kontrolliert der österreichische Zoll stichprobenartig Lastwagen. Einsatzort heute der Großmarkt in Inzesdorf. Warte, das ist schön. Guten Morgen, Zollamtwin. Haben Sie die Ladung? Ja, nein. Export. Kommt jetzt wieder zurück. Ja, ja. Wir machen Kontrolle mit Scan-Mobil, ja? Sie fahren vor, eine Runde, und hinten stehen wir. Die Ware ist von Österreich exportiert worden nach Kroatien. Und wird jetzt wieder zurückgeschickt, angeblich Qualitätsprobleme. Und das ist, ja, kann sein, dass es so ist, das ist aber natürlich auch immer verdächtig. Weil da die billige Ware oft im Kreis geschickt wird, und dann als Tarnladung einfach verwendet wird. Wenn der Ampel grün, 5 kmh Maximum. Da schaut irgendeine Holzladung, und da schaut was verdächtig aus. Soweit der hat, da Zwischenräume. Wenn man das genau anschaut, ist da nämlich ein Zwischenraum. Da ist auch irgendwas heller, und da kommt auch so ein komischer Zwischenraum aus. Und das, jetzt wenn wir den öffnen lassen, da ist nämlich auch ein Zwischenraum. Und wenn man das anschaut, wie das ausschaut. In diesem Fall wurde keine Schmuggelware gefunden. Aber Johann Steiner weiß von Erfolgen zu berichten. Und das Highlight war das mit den Holzkisten, mit den 17.800 Stammen. Das war der Standort, den Hofen-Albern. Und da sieht man, dass da ein Zwischenraum ist. Und das dürfte nicht sein, weil das sind 7 m lange Bräder, und die hören da hinten auf. Da hat da kein Nix sein. Und da sieht man wieder diesen Spalt. Und darum war es verdächtig, dass da irgendwas manipuliert worden ist. Und darum war es dann schon das Erfolgssinniges. Da haben wir schon gejubelt, sagen wir so. Wäre ohne Röntgengerät schwer gewesen. Da wird dann ein bisschen gefeiert nachher, und dann geht man viel leichter wieder an die Arbeit. Ja, wir beginnen uns jetzt auf Analyse. Wir machen eine Risikoanalyse mit der Maschine aus Kairo. Die Maschine ist speziell bekannt, dass die reisenden Waren übrigens im Verbot und Beschränkungen unterliegen, im speziellen Tierseuchengesetz. Und was das machen, wird die Kontrollnot jetzt belastet. Ja, vorwiegend ist da Fleisch drauf. Fleisch und tierische und pflanzliche Produkte. Im speziellen tierische Produkte, wie Käse, Honig, Milch. Das ist leider alles verboten. Bin ich platzend vorhanden? Ich bin platzend vorhanden, aber ich bin platzend vorhanden. Ich bin platzend vorhanden, aber ich bin platzend vorhanden. Im letzten Jahr gab es am Flughafen Wien 3.335 Aufgriffe. Beinahe 3.000 Kilogramm Fleisch und fast 10.000 Kilogramm Käse und andere Milchprodukte wurden beschlagnahmt. Ebenso über 2.000 Kilogramm Fisch und Fischprodukte, rund 280 Kilogramm Geflügel- und Geflügelprodukte und 2.360 Kilogramm sonstige tierische Produkte. Die Reisenden müssen die Kosten für die Vernichtung selber zahlen. OK. Was ist da? Honig. Honig? Ich habe es nicht verlaufen. Honig ist bei der Woche. Honig ist leider nicht verlaufen. Dein Reisenden, was bitte? Ja. Bitte. Ich gehe jetzt mit der Woche. Das habe ich mit dem Hund genommen. Sie sind erlaufen. Ich gehe jetzt mit der Woche. Sie werden reichen. Okay. Wir nehmen uns ja alles und lassen Sie mit Honig. Sie müssen für die Vernichtung zu erholen. Keine Strafe, keine Vernichtung zu erholen. Ja, lassen Sie Ihre Schnee mit nach Kippen. Das kann man nichts vernehmen. Das ich schiebe auch. Honig, Honig. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Das darf nicht da sein. Honig, Honig. Ein Kilo Honig. Weil ich Raucherbier. Soll ich zwei Kilo vernichten? Das war ja zwei Euro vernichten. Wo sind wir dann? Das kann ich gar nicht. Das darf nicht wahr sein. Ich bin froh auf die Vernichtung. Ja, nein, ich zahle was, wo ich nie wieder mitmache. Nein, das kann ich nicht. Warum? Warum stehst du mal gut aus? Honig, diese Qualität gibt's nicht in Ihrem Platz. Das kann ich in der Grundräume. Was? Honig. Wenn Sie mal drüber reinzuhalten, brauchen Sie Leben. Wenn Sie das nicht haben, wird das gut. Das geht nicht um den Fall. Es geht um, wie kurzsichtig ist der Mensch. Mit der vollen Europa. Honig. Das ist der einzige Produkt, das nicht kaputt geht. Ja? Das macht die Routine. Dass man das Ganze irgendwie mit einem gewissen Objektiv entlebt und Ruhe. Das weiß ich nicht. Es hat dann eine Heiktik aufgekommen lassen in der Diskussion. Und oft genug die Gründe erklärt, warum etwas verboten ist. Dann ist das wie normal verkauft. Ich lebe hier seit 25 Jahren. Jetzt sind Sie wieder noch schlimmer und noch schlimmer. Ja? Doch jeder Protest ist zwecklos. Sie können nach gern Mittwoch zum Maten fahren. Nein. Schon gerade hier. Du gerade? Ja. In Ägypten gibt's genau Autofähne. Sehr schön. Ja. Unerfreuliches Ende eines Heimaturlaubs. Für mich? Rachen. Sie rauchen? Na warum nicht? Ist das verboten, Rauchen? Nein. Noch nicht, ne? Na dann. Ja. Für mich ist ja gefährlich für meine Lunge, ja. Das stimmt, aber... Was soll ich machen? Das ist ja auch mir persönlich, ja. Ich kaufe mir eine Zigaretten in der Therapie. Ja. 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 50 Euro. Soll ich schon sagen. Ja. 50 Euro. Zweck davon. Diese Tasche ist okay, ja? Ja. Jeder muss selbst denken, aber ich denke nur für mich nur. Für andere uninteressant. Also wir erledigen das mit einer vereinfachten Schlafung. Das ist ja ein Straßenverkehrprogramm-Mandat. Pro Stange 25 Euro Strafe. Die Zigaretten werden beschlagen und... Ja, was weiß ich nicht? Und das ist erledigt. Wer mit viel Gepäck reist, den angingen sich die Zönder besonders gerne. Ja. 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 Gratuliere. Ja. Was haben Sie jetzt alles mitgenommen? Hochzeitsgeschenke auch und so? Ja. Nein, das wäre nichts. Schauen wir Sie das einmal tun. Ja. 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 Meine Wochen sind sieben Wochen alt. Das ist aber alles. Ja. Ja. Und wirklich sind recht prächtig. Das Gerne denkt, glaub ich, ob man das nicht mehr zunehmen kann. Ich habe jetzt schon jetzt zwei Bilder dazu genommen, und in die ersten sieben Wochen sind recht ordentlich. Sämtliche Gepäckstücke der Jungfamilten werden gescannt. Das ist ein Problem. Das ist mit den Türen. Wir müssen einmal ganz keinen Kilo Fleisch nehmen. Das ist eine komplette Artikel. Trotzdem, das müssen wir Ihnen jetzt wegnehmen, das Fleisch. Das ist nicht gut. Ja. So. Na ja. Schau. Haben Sie da auch Fleisch drin? Ja. 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 Es ist schon manchmal schwierig. Eben Menschen oft. Dass sie das Geschenk bekommen. Also bestimmten privaten Wert hat das sehr Bedeutung. Wo haben Sie noch Essen? Beide Kocher sind noch Essen drinnen. Gai bei ATV die Reportage. Hausdurchsuchung bei den Zollbeamten. Und was der Zoll findet und was nicht. Diskussion ums Antilotenfleisch. Und was es wirklich für uns zu bewahrt. Auch bei der Post werden Sendungen aus Nicht-EU-Ländern vom Zoll kontrolliert. Wir übernehmen die Postsendungen aus aller Welt. Die kommen vom Flughafen und werden für uns auch gemacht. Wenn Sie jetzt Tabak abkriegen würden, dann könnte das unter Umständen da dabei sein. Sendungen bis zu einem Warenwert von 22 Euro sind abgabenfrei. Es fallen keine Zölle und keine Einfuhrumsatzsteuer an. Nicht abgabenfrei sind Tabak und Tabakwaren, Parfums, Toilettwasser und alkoholische Erzeugnisse. Für dieses Scan ist das Paket in Österreich eingeladen. Das Paket kriegt zwei Nebeln und geht gleich dazu Zoll. Denn auch hier in der Zollstelle der Post im 23. Bezirk gilt, allfällige Einfuhrbeschränkungen oder Einfuhrverbote sind bei Sendungen aller Art zu beachten. Jetzt machen wir ein starker Lauf um uns an das Mobiltelefon-Zubehör. Jetzt sieht man, dass Nokia-Hände sind, aber das ist wahrscheinlich die Kabert. Also meistens in den Zoll gehen wegen Produktberaterie. Auf jeden Fall haben wir da Handy-Kaber, wenn wir den verbaut haben, dass die nachgebaut sind. Das ist eine Produktberaterie. Das ist von der Firma Nokia. Und an der Aufmachung und einem Versandweg und an verschiedenen Sachen, die wir in der Öffentlichkeit nicht so freitreten können, merken wir, ob da ein Verbrauchte steht, dass das gefälscht ist oder nicht. Ich zähle dann die ganzen Stützscheibe. Dann müsst ihr nicht mehr genau wissen, wie die Stützscheibe in diesem Paket erfüllen ist. Der Empfänger bekommt die Ware vorläufig nicht, dafür aber ein Gerichtsverfahren. Am Flughafen haben die Zöllner einem Ehepaar nigerianische Spezialitäten abgenommen, sehr zur Trauer der Frischvermenten. Was ist das für ein Fleisch? Ich kenne den Namen nur offensichtlich. Das ist ein Zellung. Es gibt nicht immer zu erreichen. Das ist eine spezielle Frage. Ja, das gibt es sicher nicht. Traditionell bei uns. Wir buchen unsere Praxis an der Veränse. Schauen Sie, Sie dürfen überhaupt kein Fleisch mitnehmen. Wie lange waren Sie jetzt in Nigeria? Ja. Ich habe das schon gesagt, meine Frau war sechs Wochen in Nigeria und fast einen Monat. Ja. Sie ist früher weggeflogen. Wir wären die Vorbereitung für die Hochzeit. Ja. Und Sie dürfen einen Kilo Fisch dürfen Sie mitnehmen pro Person. Und auch nicht mehr als einen Kilo-Kongresson. Das ist alles verboten, das ist sicher. Das ist die Hochzeit. 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 Ja. Gesetzes, Gesetzes. Mit dem Fleisch kann man... Wir haben schon genug Krankheiten gehabt, gell? Da kommen vielleicht noch mehrere Viren rein und... So gesehen. Geht man noch? So. Hier ist es noch genug Krankheiten. Hier sind die Hauptveräuerte zu vertreten. Wir haben die Peutlichen. Ja, ich suche es auch. Ja, ich suche es auch. Was Sie immer noch mit dem Gesetzes Gesetzes mitnehmen. Und noch dem müssen wir weiter handeln. So ist es noch ein bisschen. Dem nigerianischen Ehepaar bleibt nichts anderes übrig, als sich erstmal von einem Teil seiner Hochzeitsgeschenke zu trennen. Alle Füßig sind vorgesehen für die Vernichtung des Fleisches 2 Euro pro Kilo, das muss der Reisende aufkommen, so wie sie das jetzt auserstellen hat er kein Geld mit. Ihre Gattin hat auch kein Geld mit. 17 Kilo an die Lockenfleisch. Haben Sie schon einfach gesagt? Nein, Sie haben gesagt, Sie haben gerade das nigerianische Geld und das wird die Bank nicht nehmen. Ok, jetzt einmal, das geht bei uns mit dem Staat, bis jetzt das letzte Mal, müssen Sie dann selbst auskommen, wie das geht. Ja, das ist das nächste Mal, ich kann das nicht jetzt selbst sprechen, Sie können ja selbstverständlich, aber es geht jetzt für einen Moment um Zeit. Ihr seht, es ist egal, mir nicht ganz, aber was hätten wir machen? Nur, es berührt mich, ja. Da war nichts mehr. Zumindest ist sie etwas mit. Ja, es tut mir leid, jetzt sind wir draußen noch mal machen. Sie bräuchten ein grenzgärtiges Zeugnis, ein Gesundheitszeugnis, dann könnten Sie es hier am Flughafen beim Grenzgärts abfertigen lassen. Aber man weiß auch oft nicht, ist das wirklich was der Reisende dazu? Oder ist das nur eine Geschichte, um eben auf der Mitleidsschiene da etwas auszuholen zu können? Tut mir leid, da haben wir nichts machen. Das war ein großer Test, ja. Aber leider ein schadiger End in Österreich. Allein 2006 wurden am Wiener Flughafen 17 Tonnen tierische Produkte im Reisegepäck beschlagnahmt und wanderten erstmal in die zolleigenen Kühltronen. Ich bin nicht fertig, ich muss noch einmal, das geht jetzt nicht, das geht jetzt nicht aus. Das kommt jetzt im Bus, beziehungsweise entgegen und dann kommt es in die Verbrennung. Fernwärme, Simmerin. Jetzt im Bunker wird es verbrennt. Eine Hochzeitsreise mit bitterem Nachgeschmack. Man isst und hörst, wie viel ich bin geschwungen, nicht? Und dann kriegt sowas und das kostet ja auch Heidenkült auch, die Verbrennung, nicht? Das nehmen wir immer, nicht? Kriegt das wie viel ernähren, nicht? Aber das sind halt die Gesetze, nicht? Wissen Sie eigentlich, wo Fluss denn Zoll gibt? Wissen Sie das? Auch das macht der Zoll. Aufklärung von Schulkindern. Leute zitieren. Zögern. Eigentlich nicht eine Waffen mitnehmen kann. Zum Beispiel. Richtig. Was haben wir, was wollen wir noch nicht mitnehmen? Was haben wir schon gehört? Drogen. Und jetzt kommen alle Menschen aus Los Angeles und jeder nimmt fünf Playstations, nicht? Ist das richtig? Ja, dann verkaufen sie in Österreich keine Playstations. Und um diese Geschäftsleute in Österreich vor dem zu schützen, sind wir hier. Ex-Press-Sendungen aus Nicht-EU-Ländern werden ebenfalls auf dem Flughafengelände kontrolliert. Zöllner Josef Berger fischt sich verdächtig erscheinende Sendungen heraus. Man kann rechnen, dass einmal am Tag sich gegen eine Sendung dabei ist, die nicht stimmt. Neben Waffen und Nilpferdkot kommt dem allerhand Ungewöhnliches unter. Da müssen jetzt Hosen drinnen sein. Sind irgendwelche Stickereien drinnen? Schaut nicht gut aus. Vorhand, oder? Nein, nein. Ja, das braucht man ja gleich. Warum hast du nicht vorhanden? Oh ja, da sind die Handschuhe dabei. Das ist sicher auch eine Aufkleid-Hand. Ja, aufkleid-Hand. Nein. Oder? Ich probiere es jetzt nicht an. Sechs mal so, ja? Ja. Richtig, schaut schön aus. Und es ist nicht nachzuvollziehen, warum nur 10 Dollar Werte erklärt wurden für dieses Flughafen. Dieses Brautwerk kommt aus China. Ist bestimmt für eine Dame in Stockerau. Vom gleichen Versende gibt es noch zwei weitere Sendungen. Und haben verschiedene Empfänger. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was da drinnen sein wird. Die Rechnung schaut genauso aus wie beim vorhergehenden. Wie eine Kopie. Es handelt sich wieder um ein Brautkleid. Ich nehme an, dass das eben, dass das ein Entkneid-Adresse ist, wo man bestellen kann. Und wo sich Österreicher ein Brautkleid bestellt haben. Gute Hochzeit. Schauen wir mal, was in der dritten Sendung drinnen ist. Ich nehme an, es wird sich um ein drittes Brautkleid handeln. Und aus China ist es meistens der Fall, dass da keine ordentliche Rechnung vorliegt. Nicht die Rechnung, die tatsächlich, was tatsächlich fakturiert wurde. Das heißt im Klartext, der Kunde schickt zwei Faktoren. Der gibt eine für die Verzollung bei, mit einem niedrigen Wert. Und die richtige Rechnung, was die Ware tatsächlich rausmacht, schickt einem separaten Kunden. Und mit der richtigen Rechnung würde er in Österreich Abgaben bezahlen. Mit dieser Rechnung mit 10 Dollar, die er sich hier angeht, würde er keine Entkneidabgaben bezahlen. Diese drei Sendungen, die wir jetzt beschaut haben, diese drei Brautkleider, bleiben immer alle hier. Stellen Sie sich vor, nächste Woche ist die Hochzeit. Und jetzt kommt ein Zahlbeamter und sagt, nein, das darf nicht hinein. Oh, das darf schon hinein. Die Braut braucht nur die Rechnung, die sie wirklich bezahlt hat. So abseitig von Vorrechnung, das ist kein Problem. Da geht es jetzt nicht um Sympathie, weil die Dame jetzt geheiratet. Dann ist ein Brautkleider, das kostet einmal 30, 40, 50 Dollar und nicht 10 Dollar. So müssen wir jetzt den Kunden informieren. Sie müssen uns nachweisen, was sie tatsächlich bezahlt hat. Das kriege ich sicherlich innerhalb von kürzester Zeit und kann die Ware, wenn es sogar möglich, heute noch Zollabfertigung zustellen oder spätestens morgen unterbrücken. Also der Hochzeit steht nichts im Wege. Das Problem ist, dass Sie nur Produkte im Gesamtwert von 175 Euro frei einführen können. Weil sie mehr haben, hätten sie es deklarieren müssen. Etwa 5000 Elektrogeräte fangen die Flughafenzöllner pro Jahr ab. Bezahlt der Reisende sofort, kann er die Ware mitnehmen. Am leichtesten fühle ich mich eher mit älteren Leuten, also 40, 45. Die machen eher weniger Schwierigkeiten, wie sie hier sind. Die Jungen machen mehr Männer. Männer und Frauen. Ja, bei dem Alter sind eher Männer interessant. Bei den Jungen sind eher Frauen interessant. Die haben dort mehr mit als du. Die können simultaneously machen. Die wollen die Flüssigkeit stehen. Das ist das. 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 Kaufmann-Wodka. In Ihrem Koffer sind nur Ihre persönlichen Sachen. Ja, wollen Sie nachschauen? Ausnahmsweise geht Vertrauen vor Kontrolle. Sehr gut, was haben Sie da schönes mitgebracht? Ja, alles was Sie brauchen. Was haben wir da? Cheese Grater. Schlese Reine. Ich weiß nicht, was Sie brauchen, was Sie da machen müssen. Sobranie. Sobranie. Pink. Sandy Rosa. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Wer täglich am Flughafendienst schiebt, der kennt bald die Vielflieger unter den Reisenden. Ein, was ist? Fleinicke. Das war ein bisschen Gru an den Gewindern und an der hübschen Damen. Können Sie bitte Ihre Tasche öffnen? Sie haben neue Sonnenkirchen? Nein, 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 die sind alt. Sehr schön. Und hier drinnen ist ein Laptop? Ja, wollen Sie sehen? Und in diesem Koffer sind nur Ihre Kleider? Oder wollen Sie einkaufen? Nein, nur meine Kleider. Ich kann sie Ihnen zeigen, wenn Sie wollen. Ist okay. Ist okay. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Ich bin hier und da, aber grüßt meine Damen, freundlicher, wenn Sie auch freundlich zurückgrüßen. Oder auch und für sich bleibst du den Grüßen. Hallo, ich gehe zu hören, der Flug, also dieser sogenannte Rüffelkreisfluss, wenn man hört ein bisschen, der Kontakt sucht ist schon vorhanden, das ist ja so schnell, weil das ist ja das Angenehme in der Rüffel. Also, ich bin eigentlich mit Leib und Seelen so dran. Dadurch, dass ich schon das zwölfte Jahr hier am Flughafen bin, kenne ich natürlich auch sehr viele Flughafenangestellte. Meine Frau, an denen es auch von der Flughafen Wiener geht, die habe ich hier kennengelernt vor sechs Jahren. Also, das heißt, ich mache sehr gern Dienst am Flughafen. Das Aufgabenspektrum österreichischer Zöngler reicht von Laboranalysen über Zollfahndungen bis hin zu Kontrollen am Wiener Hafen. 2006 wurden österreichweit 1.200 Kilogramm Suchtmittel sichergestellt und es gab 1.500 Aufgriffe wegen Produktpiraterie. Tendenz steigend. Also, in diesem Fall wird der Container prophylaktisch kontrolliert. Die Ware wurde noch nicht zur Verzollung eingereicht. Es handelt sich hierbei laut Papieren um Schwarzschuhe und diese Ware wird kontrolliert aufgrund eventuell einer Gefahr einer Produktpiraterie. Kennt ihr, das haben Sie durch Thomas Ketchup, das sind natürlich keine bekannte Warten, die können. Wir müssen jetzt noch hinten schauen, ob ich jetzt für eine andere Marke sich im hinteren Teil des Containers befinde. Bitte. Ja, wir haben gehabt vor einigen Monaten in einer sogenannten Zoon Erde, haben wir da in einem Container gefunden, da aus dem Kirlikaner geht. Das war unser Team, da war ebenfalls in der Erladung ein Container mit Schuhen und die ersten zwei Reihen der Schuhe waren Billigprodukte, normale und der Rest des Containers war alles mit nachgemachten Wartenwaren, die gleiche Wartenware. Wir haben dann eine eigene Zentralstelle, die haben wir verständigt, die verständigen wieder die Firma und dann von der Firma kommen wir auch vorbei, begutachtete Ware und sagst dann, ja, er braucht noch ein Gerichtsverfahren oder er gibt es zur Vernichtung frei, das wird dann geschreddert und so weiter, wird natürlich bei uns in der Landslage auch zwischenstätig. Es gibt gewisse Ziele, die man vor Augen hat und die man auch errechnen kann, eben Schmuggler fangen und so will, ganz einfach rausgetreten. Man braucht halt einfach Geduld bei dem Job, das geht nicht alles auf Knut, aber überhaupt nicht. Es ist oft so, dass man monatelang überhaupt keinen Erfolg hat, vielleicht jahrelang und dann fahren wir ein paar Mal hintereinander und das hört das Ganze wieder auf. Speziell hier bei diesen Kühlcontainern ist es schon oft vorgekommen, dass Zuchtdift in den Kühlaggregaten versteckt wurde. Die Hirnschwelle bei den Zigarettenschmugglern wird natürlich immer niedriger. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Es gibt gewisse Orte irgendwie und da ist es nicht unbedingt ratsam, wenn man da, wie soll ich sagen, alleine durchmarschiert, wenn man Zigarettenschmuggl bekämpfen möchte. Also da ist es besser, wir sind da mehrere Personen. Der Reisende, der angekommen ist, wurde vor der Felskunde, der hat schon so Leibesschmerzen verspürt. Der hat nichts mehr zurückhalten können und der Kollege hat sofort vermutet, aufgrund seines Verhaltens, dass es sich da um einen Körperschmuggler auf ist, ist mit ihm ins WC gegangen, Minuten später war es zutage geführt. Das war Herr Wien. Mitunter ist die Arbeit der Zollbeamten nichts für Zartbeseitete. Geschmuggelt wird nicht nur am, sondern auch im Körper. Wenn im Leib etwas geschmuggelt wird, nichts passieren kann, wird dieser Filter aufgesetzt. Ist nicht sehr gustiös, kann man sich vorstellen. Aber unsere Kollegen, die sind recht hart im Leib. Aber der kann das ja unternehmen. Bitte? Der kann das ja unternehmen. Der bleibt unter Beobachtung. So kann ich das auch kennenlernen. Könnt ihr hier ein Reisende was bitte haben? Die Zöllner dringen unweigerlich in die Privatsphäre der Reisenden ein, wenn sie persönliches Gepäck durchsuchen. Die Afrikaner und Asiaten bringen die ein Lebensmittel wieder, so was man übrigens nennen der Kontomord. Ja, das ist ja auch verboten. Aber das ist schon gut. Ja, ja, das ist schon gut. Schauen wir uns alles an. Ich hätte unsere Kombination heute. Bitte sehr. Wo ist denn gespinkt? Das sind die zwei. Wie kann man das da öffnen? Da ist noch etwas drinnen. Wie kann ich das? Das ist aus. Das ist aus. Ich habe mal eine Ausdrucksuchung in meinem Spendemarkt. Das ist nicht gut. Warum? Das ist wie was zu verpäern. Einüberhalten. Das ist nicht unbedingt geordnet. Dreckwisch, frischer Wisch und so weiter und so fort. Das ist gut, passt. Danke. Ich habe keine geheime Sitzung. Das ist schon fertig. Das ist fertig. Okay, jetzt mach mal dieser Koffer. Der Medischbrief für Bauch. Das ist auch meiner. Wenn Sie den bitte öffnen. Ohne Ausdrucksuchung, das ist für Mochi, woher nichts. Naja, das möchte ich ja nicht ausdrücken. Sagen wir es so. Das ist privat und deswegen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das schaut nicht gut aus. Nein, 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 nein. Zwei Söhne von dem Herrn werden wahrscheinlich bei uns einmal in Österreich Fußball spielen. Und ein Junge hat zum Beispiel zwischen der zweiten Mannschaft von Ghana, oder? Wer war das? Wunderbar. So. Da zum Beispiel. Das ist eine alte Zollwachkappe. Die habe ich bis zur Reorganisation der Zollverwaltung getragen. Und jetzt. Das hier, meine Herren. Was ist das? Das ist ein Autogramm von Bono Vox. Liedsänger von YouTube. Das? Das ist ein Spiel. Wir suchen Mathematik zu spielen. Ich habe das klar. Das kann ich mir nennen lassen. Wie ist das passiert? Der hatte auch einen Kani-Ata mit seiner Musikgruppe, als er bei uns konzertiert hat. Wir sind aufs Vorfeld raus. Ich da fesche Bursche mit den Koppen. Nichts besser als zu tun. Ich habe keinen Zettel mitgehabt für ein Autogramm und habe ihm die Koppen hingehalten. Ich bin schon gewohnt. Das ist normal. Das muss man. Wenn es kommt, natürlich. Ich muss unterrühre schauen. Etwas. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich muss. Ich muss. Es wird hier seine Arbeit. Und jetzt soll es seine Arbeit. Und dann. Ich so sehe. Der Herr ist sicher, dass wir mit Anhängern, die uns dabei warst. Das ist für den Reisenden sicher nicht ganz einfach. Einfach schau dir rein. Schau dir das an. Passt schon. Wenn jemand was zu verbergen hat, versucht er natürlich mit allen Mitteln, das zu verhindern, das zu unterbinden. Mit ein bisschen Hausrat, ein bisschen Scherzendurter und ein bisschen Immognitikan, ich bin es auch mir. Die kennt man nicht. Passt schon. Es ist ein anderes Gefühl, sagen wir es auch. Sie haben mich das jetzt selbst erleben lassen. Es war nicht alltäglich, sagen wir es auch. Bitte den Reisenden wieder zurück. Danke. Und gut trainieren. Danke. Das war Nachwuchs für Nationalen. Okay. Danke. Widerschaft. Wiedersehen. Die Flaschen nicht vergessen, bitte. Wenn ihr raus habt, dann drogenlaufen. Ich werde nie etwas, ich will nicht als Mensch gut denken, etwas schlimmer Sachen zu machen. Ich bin eine friedliche Mensch. Ich bin fried. Ich bin fried. Darum kann ich gut schlafen und gut aufstehen. Laufen wie ein Mann. Es gibt Tage, da findet man was. Es gibt Tage, da findet man nichts. Es kann sein, dass da jetzt wirklich was Gutes rauskommen ist. Also keiner hat den Falschen kontrolliert. Keiner hat den Falschen kontrolliert. Orchideen sind aber das beliebteste Urlaubssouvenir von Thailand-Reisenden. Deswegen werden die Passagiere dieser Flüge meist besonders kontrolliert. Manchmal sind Orchideen aber in weißen Plastik-Sackerl gut versteckt. In einem solchen Fall lohnt es sich, im Pulk zur Zollkontrolle zu schreiten und schnell den Ausgangsschildern zu folgen. Und manchmal klappt es auch. Das ist ja nur ein bisschen. Das ist ja nur ein bisschen. Das ist ja nicht so für die Gölten. Ja. Aber Flügel muss ich mal mitnehmen. Das ist ja nur ein bisschen. Ach so? Okay. Gleich bei ATV die Reportage. Das ist mein Freund, den ich immer bei mir. Beschlagnahm für Ware wird vernichtet. 50 Euro. Hier ist die Musikbeschlagnahm. Dann müssen wir vernichten und sie zahlen für die Vernichtung 2 Euro pro Kilo. Okay. Fast. Die Gäse muss ich beschlagnahmen. Dann müssen wir vernichten und sie zahlen für die Vernichtung 2 Euro pro Kilo. Neben der Abfertigung von 4,5 Millionen Zollanmeldungen pro Jahr werden vom österreichischen Zoll tierische Produkte, Luxusuhren, Anabolika, Bekleidung, artengeschützte Tiere, Suchtmittel, Zigaretten und vieles mehr durch Kontrollen aufgegriffen. Was nicht an die Polizei weitergeht oder sofort vernichtet wird, landet erst mal im geheimen Verwahrlager des Zolls. Hier haben wir ein Paket, das gestern reingekommen ist. Wenn Sie sich umschauen hier, sehen Sie diverse andere Partien, die ebenso in der letzten Zeit reingekommen sind. Da ist zum Beispiel eine Großpartie, handelt sich um ca. 9 Millionen Stück Zigaretten. Die Kartons sind gekennzeichnet mit Bathroom-Accessoires, drin und zwar in Wirklichkeit Zigaretten. Die sollen heute noch vernichtet werden in der Fernwärme Wien. Die Kollegen warten schon auf uns. Da sind wir dann demnächst da runterfahren zum Verbrennen. Die Wendert und Badler nehme ich mal an für den englischen Markt. Wer denkt, dass Zölmner sich nur dann freuen können, wenn Zollkontrollen verboten es zum Vorschein bringen, der irrt. Am Flughafen freut man sich auch, wenn im Reisegepäck nur Persönliches gefunden wird. Natürlich sind auch Sachen drinnen, die sehr in den Intimbereich gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da haben wir ein wunderbares Erlebnis gehabt. Da ist ein Kollege vorne gestanden beim Röntgengerät. Und die Dame, die eben dieses Utensil bei sich hatte, war ein bisschen langgestreißig, der hat eine Damenspitzart gehabt. Und der Kollege hat Kontrolle gesagt, ich muss die öffnen jetzt hier ein Gepäckstück, damit ich die Zollkontrolle durchführen kann. Und die Dame hat nichts Besseres zu tun gewusst, hat hineingegriffen, das Utensil händeschwenkend über das Röntgengerät gehalten. Und ich habe gesagt, das ist mein Freund, den ich immer bei mir habe. Das sieht man. Und über sieht es. Und über sieht es, ne? Sozusagen. Also teilweise kriegen die Leute das gar nicht mit, dass man es wirklich bezeichnet wird. Das ist aber auch gut so. Also da irgendwelche Diskussionen oder Feindlichkeiten zu ersparen, schauen wir drüber. Mit diesem Lkw werden neun Millionen Zigaretten zur Verbrennung in die Fernwärme Wien gebracht. Ich bin einfach bei der Fernwärme Wien. Würden Sie das kommen? Nein. Wo sind Sie das? Politiker. Was? Na ja, sieh. Kannst du mal schauen? Sie sind ja gleich, wenn man Politiker ist. Und vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen besser noch. Mit dem Metrosch. Also die Arbeit ist, die fängt bei mir am 7 Uhr an, die hat am 14.30 Uhr auf. Und dann schlägt sie auch, 15 Uhr. Das ist für beide. Unter dem wachsamen Auge des Zolls werden sämtliche Zigaretten vernichtet. Die Zöllner wachen so lange, bis auch der letzte Klimmstängel im Ofen erlischt. Zwei Ofen. Aber wenig. Wenig Roch. Und hier kann es auch wahrscheinlich. Ich habe schon drei Uhr nichts Roch. Wir waren etwas Roch, sondern auch etwas Kurs. Genau so ein Urst trinkt, aber trinke ich etwas Kurs. Aber es gibt ja einen Fusor und alles gut auch. Die Zigaretten sind bemüht, weil sie hineingeschmissen wurden. Da haben wir mit dem Dreierverrichtung Schure gefahren. Und von der Schure gehen sie direkt in den Ofen. Und dann ist es gleich. Asche. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.